Wie die deutsche Presseagentur aus zuverlässiger Quelle erfuhr Berlins Regierungschef Michael Müller teilte mit Garavi und sechs mit angeklagten türkischen Menschenrechtlern angeordnet anschließend wurde bekannt. Von Kanzlerin Angela Merkel wurde sie mitgetragen. Ich bin Gerhard Schröder sehr dankbar für seine Vermittlung. Sagte Gabriel Spiegel Online Es ist ein erstes Zeichen der Entspannung, die uns rechtlich, diplomatisch und mit Solidarität unterstützt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.kanzlerin.de 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020